aufgehört hat. Zeit ist ja in der Früh immer voll schlimm im Zug vom Mühldorf nach München. Liegt das an der Wiesn? Ich glaube schon. Wobei in der Früh? Echt in der Früh? Ja, kann da an der Wiesn liegen, weil halt viel... Ja gut, könnte schon sein. Da fahren halt viele mit der S-Bahn, mit der U-Bahn, neben dem Auto, weil es danach oft Wiesn gehen. Das kann schon sein. Aber ich habe vergessen zu antworten. Smoky? Was ist das für eine Entziehung? Eine Fahrt nach Portland. Gültig bis zum 31.12.2013. Das war Kates Schließfach. Guckst auf Victorias Schließfach. Duckface! Geil! So, ähm... Jetzt haben wir hier mal geguckt. Gehen wir mal zurück und gehen noch das Männer... Männerumkleide. Ja, Rippchen, alles gut. Bye-bye, Terra. Das war's jetzt mal mit dem Monat Smoke. Dankeschön, Ruff. Smoky, du kannst mir aber immer noch antworten, wenn du magst. Wenn's los hast. Fräulein! Ich möchte doch ganz zurück. Geht das nicht ganz zurück? Oh nein, ich will doch bei den Jungs rein. Geht das nicht mehr? Hallo? Hallo? Na gut. Vielleicht, äh, von innen dann oder so. Na gut. Nur bis 22 Uhr. Ja, ich würde sagen, ich spiele jetzt bis, ähm, so 21 Uhr Life Strand. Moment, dann machen wir noch eine Runde PUBG, oder? Macht ihr... Wählt ihr den Mod des Monats? Oder... Wie macht ihr das? Oder das, äh, Tari, kriegt den Monat? Fräulein ist ein unverfänglicher Kosename. Flühlein, Flühlein. Flühlein. Können wir eigentlich schwimmen? Oder sterben wir dann? Weil wir's nicht können. Oh, ich komm gar nicht rein. Oh, ich kann nicht schwimmen. Für was sind wir hier drin, wenn wir nicht schwimmen? Ich möchte meine Bahnen. Guck mal nicht raus. Meine Bahnen schwimmen. Gästerliste. Ich bin der Vortex Club Bouncer. Entscheidungen, Entscheidungen. Namen ausradieren! Oh, sind wir fies, ne? Oh, ich bin sorry. Deine Namen sind nicht auf der Liste. Du musst jetzt was essen. Oh Gott, das ist fies. Oh nein, das können wir doch nicht machen. Können wir das machen? Nein, das können wir doch nicht machen. Oder können wir das machen? Nein, das können wir doch nicht machen. Terry ist halt immer da. Immer am schnellsten. Reagiert halt immer. Was soll ich dazu sagen? Beschlossene Sache ist halt einfach so. Achso, okay. Ne, das können wir doch nicht machen. Einfach die Gäste. Ne. Das kommt alles zurück. Das kommt alles zurück. Ne, das machen wir nicht. Ich habe die Note nicht geändert und werde den Namen auch nicht ausradieren. Habt ihr den Namen ausradiert? Danke und viel Spaß. Viel Spaß. Einen erfolgreichen Stream wünsche ich dir. Kleiner Hei, dem, 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 dem. Mädchen schwimmt, dem, 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 dem. Ach, komm, jetzt kommen wir zu den Jungs. Goll. Die haben bestimmt jetzt eine blaue Seife. Oh. Achso, ich dachte, die Mädchen haben pink. Die Jungs haben blau. Interessant. Hm, es ist schön, dass Viktoria etwas außer ihr selbst liebt. Dass die Jungs auch... Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, also Mädels... Was liegt denn da drin? Also Mädels Toiletten sind ja schon immer sehr beschmiert. Ist das bei Jungs auch so? Ich weiß es gar nicht. Sind Männertoiletten auch so beschmiert wie Frauentoiletten? Göttchen vom Twitch-Chat. Göttchen vom Twitch-Chat. Göttchen, Servus. wie geht es da du bist wahrscheinlich noch am arbeiten oder aber sehr froh dass nicht mit uns auf wiesen gehst was uns das auch schon krank werden oder sei sogar ich kann es mochi ich kann übrigens auch nur bis 10 bzw ich möchte auch nur bis 10 weil ich möchte ich muss früher ins bett gehen denn ich weiß ich bin ein arsch aber ich denke immer noch an dich kurs logan ja was immer erst was man hat wenn es weg ist meine toiletten sind operationssaal mäßig steril ja ich hoffe dort wird werden trotzdem hände gewaschen das hoffe ich zumindest also ich kann nur ich kann nur reden dass manche damen auch nicht gerade toll sind also ich sehe oft welche die einfach so rausgehen und ich finde das so widerlich okay bei mir habe ich in einem arbeiten aber ganz kurz bild angemacht um mich zu bewundern aber mich ich habe ja nichts von lassen ach so kürkchen ab 21 uhr wollen wir ein bisschen pubg spielen man weiß es nicht voll die schnüffeltante sind wir schnüffelina 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 ich würde ich auch nicht das ist bestimmt das ist bestimmt das geschwitzt stinkt victoria victoria hey denke gerade auf was unartiges und dich cool was hast du an meine kristallkette und mein handy kristallkette was hast du an ich bin in der umkleidekabine und mein tikku sitzt auf dem football kristallkette und mein handy ja könnte interessant sein hände waschen was ist das ist sowas wo du so pinken glibber nimmst und ein bisschen was dazu das kann man doch auf der herrntoilette gar nicht ach so oh ja was meinst du wie das in der schule ist richtig flippe so was in der schule auch noch das ist auch ekelhaft okay norik san hi kristallkette ich habe keine kristallkette betty developed that in jefferson's class but why ich bin auch in einem spinnt ein foto von mir wobei das wissen wir ja schon dass es so bis er dann nahen gefressen hat so haben wir jetzt alles die klappschuhe wasser haben ja im wasser fegeln fisch ich weiß schon guckenspinder daher auch mein schlimm schlimmer tik nie irgendwelche öffentlichen türen gelände und so anzufassen wenn es mal passieren sollte da immer desinfektionsmittel dabei sehr gut cassie ja was heißt tik das ist eigentlich normal das ist besser so das fährt doch gar nicht auf wenn wir jetzt das licht anmachen oder was so pass auf zauerstoff in case i run out of air i know where to come ähm das war doch da hinten glaube ich oder den hai kann man bestimmt dann noch irgendwie so weit doch nicht da hinten reinschmeißen exit wo ist denn der lichtschalter schleppst du auch mal mit ja ich habe es aber ehrlich gesagt wirklich vergessen am samstag auf der wiesn du kannst dabei gehabt aber das wäre uns eh abgenommen worden kann ich mir vorstellen kann ich mir vorstellen wie gut kaffee ist immer gut yes we get it otters kleiner heitem kommt mit